Hier, krasses Abschlussvideo, Picknick am Strand. Ja, mit Äpfel, hallo, ich hab Brot in der Hand. Herr Müller, guck mal, Herr Müller! Ich hau ihn mit Brot. Ich hau ihn mit Brot. Ohne mit Brot hauen. Die Türke, hallo! Nein, wir haben mit Brot. Ich bin mit Brot. Ich bin mit Brot. Ich muss da lachen, ich hab keinen Müll. Wo ist krasse Überraschung? Krasse Überraschung hab ich ihn Haus gelassen, weil ist Schokolade schmilzt in Sonne. Du weißt, ist krasse Vollkohleschokolade Kuxa. Heißt Kuxa, wirklich. Ach so, das ist die krasse Vollkohleschokolade. Ja. Vollkohleschokolade. Ja. 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 Vielen Dank.